Schön, dass ihr alle da seid, meine kleinen Freisinger, Arbeiterbündchen. Wir machen jetzt ein sehr geiles Programm hier und ich hab ein Album gemacht. 21 Jahre Rap-Geschichten, die das Leben schreibt, wird rauskommen am 21. Januar 2009. Und weil ihr einfach die dick-cool-derbsten Säue seid, bringe ich jetzt drei Tracks von dem neuen Album. Also wirklich angolister Stuff, Mann. Und wir fangen mal an mit 96 Bars. Ich meine, Sammy Deluxe bleibt 100 Bars am Splash, Mann. Ich rapp 96 in der Scheune, oder? Mach mal jemand, gib deinen Bienenmau. Aha, 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 müßt. Aha, 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 müßt. Ich hab mal Bier aus, Jojo, Fleisch, bei den Weißfuss noch. Jetzt gibt es Arsch-Tit-Rap und war wohl hinten auf die Eier. Eio, sage ich, neugendurch, kurzer Shit kommt jetzt auf Feier. Hier gibt es diesen Typ, der anfängt sich selber zu feiern. Und es ist meine Zertifte, dass ich mich per anentscheide. Oh yeah, ich werd der perfekte Rapper. Hab ich es euch gut, mach ich es morgen besser. Ja, du gab mich gerne, kiddies, hier mein Freund. Aber mein Ding liegt falsch. Dann hast du dich getreut. Das sind vier Minuten, 20, weh wie der wie aufs Nebiet. Ich mach Party und Highlights, sobald ich ein Wein gleich. Sobald ich ans Wein schreit, weiß jeder Bescheid. Jetzt, jetzt, ich representen 2-Tit-Rap. Bis zum bitteren Ende, ihr sprichenden MCs, wichst euch in die Hände. Läuft euch grüßt, sag ich ein. Wann denn das dann ein Feature? Mein einzig ist Feature, heiße Parabissativer. Dafür brauch ich nix für niemand und man bleibt zu scheinen. Du brauchst Kettenhuren und Rimmel mit Steinen. Jetzt sagt mir bitte, treffen uns, ist lächerlich. Der kleine Kiffer oder doch das MC-Handtip. Ich denk doch auch, es steht außer Frage. Du hast alles Mögliche an deinem Sack, außer Haar. Der Altun ist mein fucking Sweaty-Wolf, du Wixxer. Ich mein's ernst, ich hab Sport gemacht. Die sind echt verschillt. Du kommst im Battle mit ner Gun und dann mach E-Tippel. Es geht doch gerne flicken, aber sorry, ich bin E-Tier, als du geblatt. Hör mal zu, wie dieser HMT-Rap, um dich abzuschweißen, abgekürzt. Einfach Präfekt. Und diese Hammerlein, die hast du nicht verstanden. Die eine Brotte, so viele von meinen anderen. Doch das ist echt scheiße, egal, ich mach das, wie ich fühl dich. An uns fühl sich natürlich, nur für mich. 1996 war's, die leckte deinen Arsch. Du überwägst das wieder fast, bis der Haar versiegt ja Spaß. Zumindest nicht ohne Glas oder ein bisschen harsch. Und ich glaub, ich mein, ich hab dir das schon mal gesagt. Doch bin echt nicht, wenn ich frag, was geht mit dir auf der A? Du bist plötzlich bei mir da, hängst die Weile an meinem Sack. Und ich frag dich noch extra, so, was hast du vor? Und du meinst schon zu komisch, keine Angst, nichts Schlimmes. Präzigt muss ich mit Ekels verstellen, du guckst nie bei Tagen. Nichts gegessen, auch mein Kimmel. Zu meinem Glück, tag ich eine Hose, zu deinem Wechsel, wie hier in Bayern. Und den CSU, Jan Schwule, anzulegen, das Weitbeck aus den Händen. In die Weile, in dieselben Ohren, auch du schwules Männchen. So schnell du nur kannst, vor dem bayerischen Kuhlungsclan. Wir kommen als Politiker und Polizisten. Das ist die Halbzeit. Als du Hals maun, ich, die Kuh mit mir und schneid ich dir den Hals auf. Verstehst du, ich bin Halsabschneider. Ich rapp einfach gut und tue zweifach schlössend. Das ist der kleine Unterschied zwischen erfolgreichen Epsis und dem, was ich mache. Und, das hast du wieder nicht verstanden. Schein, Hümer ist direkt da und wieder nicht verstanden. Denn es mir nicht will, aber ich muss erst mal fragen. Sei ehrlich, ey, du sammelst noch Arschhaden. Ich will nicht sagen, du wärst deine Missgeburt. Nein, auch du bist ein Geschenk von unserer Welt. Und der Zeit, jeder Schwangerschaft und der Geduld. Weil ich nutze aufs Weg, weil das lohnt und die Uhr. Und weil ich hab Sachen wie diese aufscheinen, dann wenn man mich dafür hat, freut sie ein Bayer. Aber nein, ich hänge doch am Weigern wie Jesus und Leute. Ich denke dir die Beine und sage dir dann noch, wie läuft's, ja. Ganz genau so einer bin ich. Zeig mir, was dir gehört und genau das bin ich. Du alles besser, mein Frey. Denn inzwischen bist du eine Missgeburt. Das kann ziemlich schnell gehen, das kennst du vom Sex. Ziemlich schnell gehen, das hat mir auf den Boden und die Damen auf der Wohnung. Und am Abend sitzt du wieder nur alleine auf dem Sofa und spießt mal lieber wieder mit einem kleinen großen Spiegel. Denn die Frauen sagen alle, er ist so wie das jetzt hier ist. Scheiße, ich will aus diesem Heim und doch nicht schulen. Wenn ich die Kunden viele sagen, irgendwelche Küche. Und ich glaub, ich will auch nicht alles, was du hast. Einfach besser, hey, die Stabilität. Du, 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 du. Und der ist zweit mit mir am Kreuz, der Züge. Zu guter Letzt, dann war noch ein kleiner Ficker mit Rops zum Linder. Ey, ich kenne solche Bilder. Aber bei mir ein Geh, der verpackt und ich schon muss keine Riemen. Aber mein Gott ist alles wirklich dünn, was ich weit will. Was hier ist, der blutige Quartalte ist. Wenn ich schwirre, willst du nicht die Klappe. Wenn ich diese Worte, würdest du mich gerne boxen, doch. Um es zu sehen, musst du mich buchen. Ja, das ist mir einfach, wenn ich so ließ. Spitzig, du bist einfach nur echt dumm. Einfach nur Wendung. Ich bin in das Bein, wenn ich mich einschmerziere. Was du so ne Scheiß rappst. Ja, ja. Fuck, fuck, fuck. 16, 90 Bars. Ja.